Für Mehrkreis Gütersloh in Berlin. Mit frischem Wind und Kompetenz. Für kleine Knirpse und Familien. Für ältere Mitbürger und solche, die es mal werden wollen. Das gibt es dann für alle. Mit dem Herzen vor Ort und Berlin vor Augen. Ihre Stimme entscheidet. Mit Erststimme Elvan und der Zweitstimme Olaf und die SPD.